So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go auf meinem Kanal. Raps ist der Dicke, eine kleine Infofolge. Irgendwie gestern als Wrestling drauf war, WWE Raw, das gucke ich ja immer am Mittwoch, ne. Kamen schon neue News raus. Es wurde zwar erst der Eventkalender gepostet für Juli. Da wurden zwei Events nochmal erwähnt, das Überraschungsevent und das Jubiläumsevent. Das Jubiläumsevent ist das erste. Da waren natürlich noch keine Infos bekannt, jetzt haben sie direkt danach. Aber die Infos für das Jubiläumsevent rausgehauen. Vom Überraschungsevent gibt es immer noch nichts. Ich habe mich, glaube ich, über Nacht ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, auf einmal hast du Schnupfen. Und ich habe schon gesehen, dass viele rummeckern, wieso da so viel Leerlauf drin ist. Hä, wieso? Das sind ja nur zwei Wochen mit Event vom Juli. Und zwei Wochen ohne, was war da denn los? Vielleicht haben die Leute vergessen, dass es gleichzeitig im Juli zwei Go-Feste gibt. Nämlich eben das von Berlin an dem ersten Wochenende, was ja auch erst mal da ist. Und wenn da gleichzeitig ein anderes Event stattfindet, obwohl viele gar nicht da sind oder das Go-Feste spielen, überschneidet sich das ja, ist ein bisschen komisch. Und dann ist ja auch noch im Juli das Go-Fest mit Seattle. Und deswegen, weil es zwei Go-Feste gibt im Juli, wird es wohl in diesen Wochen oder an diesen Wochenenden natürlich dann nicht irgendwelche anderen Events geben. Und so gibt es natürlich weniger Events, obwohl zwei Events in diesem ganzen Monat trotzdem mehr sind als gar kein Event. Das mal nur vorweg zur Aufklärung. Wir feiern sechs Jahre Pokémon Go mit einem Jubiläumsevent und einem Kampfwochenende. Ihr habt hier ein richtig cooles Bild. Da seht ihr Glutexo mit einem Partyhut. Ihr seht Glurak mit einem Partyhut. Und ihr seht hier ein Grillmack. Beim letzten Mal bei der Abenteuerwoche hatten wir das auch schon. Da wurden ja auch auf dem Teaser-Bild, sagen wir mal, ein Icognito angeteased mit Schatten. Weil man die Möglichkeit hatte, eine verbesserte Version des Events freizuschalten. Das Ganze ist jetzt auch wieder möglich. Und damit hat wahrscheinlich auch dieses Grillmack zu tun. Zum normalen Event gehört es nicht. Aber wenn wir die verbesserte Version vom Jubiläumsevent freischalten, dann ist noch irgendwas mit Grillmack. Vielleicht, dass Grillmack dann häufiger erscheinen und in jeder Ecke sitzt, ist ja dann seit dem Berlin-Wochenende auch als Shiny verfügbar. Momentan kein Event-Spawn, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das dann als Event-Spawn kommt. Oder in einer Raids. Wahrscheinlich packen sie es in einer Raids. So haben sie es ja mit Icognito auch gemacht. Auf dem Bild Icognito gezeigt. Jo, verbesserte Version. Ihr habt es geschafft. Ab jetzt dürft ihr Geld für Icognito ausgeben. In einer Raids. So. Weiß ich nicht. Das kann ich mir in einer Raids eigentlich aber gar nicht vorstellen. Ich würde eher denken, dass es dann trotzdem wild rumsitzt. Warum ist jetzt unbedingt Glurak hier drauf? Glurak hat ja die Nummer 6. Ja, Glurak 006. Deswegen sollte Glurak zum 6-jährigen Jubiläum irgendwie im Mittelpunkt stehen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich warte immer noch auf ein Despo da mit Weihnachtsmütze. Das fände ich richtig cool. Wenn ich jetzt einen Glurak mit Partyhut sehe, glaube ich, ist wirklich alles möglich bei Niantic. So. Gucken wir mal kurz weiter. Was gibt es denn alles? Wann fängt das denn an? Mittwoch, der 6. Juli. Das Go-Fest ist also jetzt am Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann ab Mittwoch, mit ausreichend Abstand dazu, fängt dann ein Event an. Von Mittwoch bis Dienstag. Mittwoch, 6. Juli, 10 Uhr. Bis Dienstag, 12. Juli, 20 Uhr. Pokémon-Debüts. Es wird Glutexo mit Partyhut geben und Glurak mit Partyhut. Soweit ich das verstehe, ist es aber wieder so, dass ihr die entwickeln müsst. Also ihr werdet wahrscheinlich nur das normale Glumanda mit Partyhut treffen, was es schon mal gab. Was man jetzt eben wieder antrifft. Und man nun mittlerweile die Möglichkeit hat, dieses zu entwickeln. So, dass man eigentlich zweimal Glumanda noch bekommen muss. Und dann hat man die ganze Familie voll. Außer man macht Raids. Aber ich würde, ich würde euch eigentlich dann eher empfehlen, fangt wilde Glumanda in der Wildnis. Wenn die shiny sind mit Mütze und wenn, dann entwickelt das halt durch. Aber gebt nicht sinnlos Geld aus für Raid-Pässe. Hat eine Yenti gar nicht verdient. Gleichzeitig ist auch das Pikachu mit einem Kuchenkostüm neu als shiny verfügbar. Was man hier sieht, hat sogar hier so eine kleine Fliege um. Und eben ein Kuchenkostüm-Hut. Ein Kuchenhut-Kostüm-Dings. Bei den wilden Pokémon sieht es nämlich wie folgt aus. Wir haben erstmal die ganzen Starter. Und natürlich Glumanda mit dem Partyhut. Ihr habt das Pikachu, was Neues. Dann Macholo. Was ja auch bald eine Rampenlichtstunde dann bekommt. Ladybar. Was ja eine Rampenlichtstunde bekommt. Ihr habt hier Drassler, Haspiror, Toxipad. Nochmal drei Starter. Froxy, Fünx, Igamaro, Skobble, Leufeo, Pebeck. Starter gehen immer. Starter sind immer cool. Alle wollen sicherlich das neue Pikachu-Shiny. Macholo. Ja, kann man Bonbons sammeln. Wenn man jetzt die Rampenlichtstunde verpasst. Oder so die Möglichkeit nochmal dazu hat. Drassler auch sehr interessant. Sehr stark. Starter hier gehen auch immer. Also da sind eigentlich viele coole Sachen dabei. Und generell, wer Shinies braucht, kann sich noch Shinies gönnen. Von den Dingen, die auch shiny da sind. Seltener, aber trotzdem mit etwas Glück zu begegnen. Knarksel, Scampisto, Iguana. Iguanas, Scampisto sind relativ selten. Sind nämlich noch relativ neu. Waren mal Event-Zeitweise. Also da, aber nach dem Event dann so gut wie gar nicht mehr auffindbar. Also Iguanas, Scampisto. Wann habt ihr euer letztes Iguana oder Scampisto gefangen? Würde ich das Event nutzen. Da noch ein paar Bonbons vielleicht auch mitzunehmen. Da vielleicht mal was zu maxen. Hier, Knarksel. Joa. Ist auch immer gut. Auch gutes Pokémon. Nehmt dann natürlich Bonbons mit. Haut euch ein Knackrak hin. Raid-Kämpfe. Jetzt. Es gibt nur zwei Stufe einer Raids. Ich glaube, es wird wirklich so sein, dass im Hyper-Bonus einfach noch ein Grillmark Stufe 1 Raid dazukommt. Und ihr das dann auch noch raiden könnt. Denn ansonsten hätten wir hier nur Dratini und das Pikachu mit Kostüm. Was ich nicht raiden würde, da es ja wild G kommt, vorkommt, es wild gibt. Raid-Kämpfe Stufe 3. Das finde ich jetzt aber interessant. Dass es Bisaflor, Glurak und Turtok als Shiny gibt aus dem Raid. Despotar und Metacross aber nicht als Shiny. Das sind alles Pokémon, wo ihr die normalen Stufen, wer so kriegen könnt, finden könnt. Die Vorentwicklungen, alles C-Day hatten. Despotar, Metacross hatten auch C-Day als Vorentwicklung. Warum? Gott verdammt, können die trotzdem nicht aus dem Raid Shiny sein. Weil es die Mega-Entwicklungen noch nicht gibt. Wie hängt das zusammen? Viele Leute werden sicherlich wieder Despotar-Raids machen und sich darüber beschweren, da sie immer noch kein Shiny haben. Und haben schon 20 Raids gemacht, 30 Raids, 40 Raids, kein Shiny. Zapdos ist dann gleichzeitig in den Raids. Ich glaube, Zapdos wird für viele sogar noch uninteressant sein, die aktiv spielen. Ich glaube, Leute würden vermehrt wahrscheinlich Despotar- und Metacross-Raids machen als Zapdos-Raids. Oder auf Glurak mit Party-Hut gehen, in der Hoffnung, ein Shiny zu kriegen. Ich würde das aber entwickeln. Ich würde in der Woche, so wie es ist, meinen 100er Zapdos pushen wollen. Deswegen würde ich Zapdos-Raids machen, damit ich da XL sammeln kann. Despotar kommt eh irgendwann nochmal als Mega-Despotar. Metacross kommt irgendwann als Mega-Metacross. Da können die beide dann auch Shiny sein, aus dem Mega-Raid. Und dann kann man auch gleichzeitig Energie sammeln und Bom-Bombs, Uni-V. Aber müsst ihr wissen, wenn ihr jetzt schon mal ein gutes vorbereiten wollt, und das Shiny euch komplett egal ist, dann könnt ihr natürlich auch Despotar-Metacross-Raiden. Schreibt ihr mal rein, welche Raids ihr interessant findet, was ihr raiden werdet. Zapdos, Metacross, Despotar, Glurak mit Party-Hut oder sogar Pikachu oder was ganz anderes. Schreibt es mal rein. Welche Spawns findet ihr interessant? Schreibt es mal rein. Und gleichzeitig sind ja auch noch Mega-Raids da mit Mega-Glurak-X und Y. Wo man sich denkt, okay, ich kann ein Mega-Raid raiden. Oder ich kann das normale Glurak-Raiden. Aber nee, warte mal, da tat ja ein Party-Hut auf. Hier ist es aber so, Mega-Glurak-X erscheint nur am Mittwoch und am Donnerstag. Also die ersten zwei Tage vom Event. Und von Donnerstag dann, später vom Donnerstag, das klingt ja total, später beim Donnerstag bis Dienstag dem 12., also von 7. bis 12. gibt es das Y, aber nur am 6. und 7. gibt es das X. Hätten sie es nicht wenigstens 50-50 machen können, von der Aufteilung her. Pokémon bei Feldforschungen. Ihr habt wieder die Starter, aber alle ohne Hut. Ihr habt nochmal Starter, ihr habt schon wieder Starter, ihr habt Starter, ihr habt Starter und vor allem habt ihr nochmal Starter und Starter. Also es sind alle Starter in Feldforschungen. Alle, die schon Seeday hatten, sind natürlich auch als Shiny verfügbar. Igamaro, Fünx, Froxy, Bautz, Flamjau, Robball, natürlich nicht. Es gibt wieder neue Avatar-Artikel und Sticker, Sticker sowieso richtig genial. Und das, was jetzt viele freuen wird, gleichzeitig gäbe es dann auch noch ein Kampfwochenende. Es fängt also in der Woche an, aber am Kampfwochenende, was am Samstag beginnt. Samstag, 9. Juli, 0 Uhr bis Sonntag, 10. Juli, 23.59 Uhr. Also zwei Tage lang ein Kampfwochenende, wo alle drei Stunden Rocket Ballons erscheinen, man die vierfache Menge Sternenstaub als Belohnung für gewonnene Kämpfe in der Go-Kampf-Liga erhält, man 20 Kampfsets pro Tag abschließen kann. Ich weiß nicht, ich sehe das. Man denkt sofort an Rocket, aber eigentlich ist das meiste trotzdem in der GBL, aber irgendwie doch gemischt mit Rocket. Vierfacher Staub für GBL, 20 Kampfsets, GBL. Aber dann auf der anderen Seite Rocket Ballons alle drei Stunden und man kann Frustration verlernen. Ihr könnt eine Lade-TM verwenden, damit ein Krypto-Pokémon die Ladeattacke Frustration vergisst. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, das ist ein Feature, auf das freuen sich die meisten Leute darauf warten immer alle. Wann kann man wieder Frustration verlernen? Am Samstag und am Sondag könnt ihr Frustration verlernen während des Jubiläums-Events. Nicht jetzt am Berlin-Wochenende, sondern das Wochenende danach. Daten stehen ja dran. Gleichzeitig kommt auch Krypto-Latios. Nachdem Krypto-Latios ja da war und man das fangen konnte, gibt es jetzt dann also auch Krypto-Latios endlich, das Pokémon wechselt. Ich habe die Spezialforschung, die Rocket-Forschung vom letzten Mal noch nicht ganz abgeschlossen, weil da war die Aufgabe dann drin, besiege den Rocket-Boss. Habe dafür einen super Rocket-Radar bekommen. Aber da ich ja schon ein Latios mir geholt habe, wollte ich kein zweites haben, sondern habe mir jetzt die ganze Zeit den Radar aufgehoben für das Latios. Sobald das also drin ist, kann ich direkt mein Radar reinwerfen und mir ein Latios holen, die alte Forschung abschließen und die neue Forschung, in der ihr eigentlich einen Radar kriegt für das Latios, kann ich mir wieder aufheben, bis wieder ein richtig cooles Pokémon drin ist. Stellt euch vor, Mewtwo kommt nochmal zurück. Dann könnte ich den aufgehobenen Pass reinwerfen und gleichzeitig die neue Forschung für Mewtwo machen und das Mewtwo mir nochmal holen. Man hat ja gelernt aus der Vergangenheit, ich habe bisher an sich dann nichts verpasst. Es gab einmal einen zusätzlichen, damit habe ich das alte geholt, andere haben sich dann zwei Stück geholt von dem vielleicht oder zwei vom letzten. Ich habe mir diesen einen zusätzlichen jetzt sozusagen immer aufgehoben und kann jetzt immer gleich das Krypto-Legendäre mir gönnen und danach den neuen Pass wieder mitnehmen bis zum nächsten. Generell werden auch neue Pokémon eingesetzt von den Rocket-Rübeln. Auch die Anführer Cliff, Sierra und Alu wechseln ihre Pokémon. Hier ist zum Beispiel Kleinstein, Scheinux und Feli-Lugendan plus vieles mehr. Und diese Spezialforschung wird dann auch bis Ende der Go-Jahreszeit gehen, also bis zum 1. September 22.10 Uhr. 22.10 Uhr bis zum 1. September 22 um 10 Uhr. Ihr müsst nur die Pokémon Go-App öffnen. Lockt euch einfach mal ein bis vor Ende der Jahreszeit, dann kriegt ihr natürlich diese Spezialforschung. Wenn ihr die alte noch habt, macht die fertig, ne? Macht immer die alte fertig, die hat es verdient. Und dann streicht den Satz. Und dann war es das eigentlich schon alles. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Event. In letzter Zeit hauen die wirklich coole Sachen raus. Bisher alles richtig cool. Ich freue mich auf das Pikachu, ich freue mich auf die Familie mit Glutexo. Hier gibt es coole Spawns, viele nützliche Pokémon, da auch seltene Pokémon. Hier viele interessante Raids für die Leute, die nicht unbedingt den Fünfer machen wollen. Gibt es hier trotzdem auch eine gute Auswahl. Dass es alle Starter gibt, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und auch für das Kampfwochenende und die GBL-Leute und die Rocket-Leute ist was dabei. Wie findet ihr das Event? Was sagt ihr zum Event? Habt ihr Bock? Schreibt es mal in die Kommentare. Was freut ihr euch am meisten? Was sind eure Ziele? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.